Ach ne, ne wirklich nicht, ne Leute ich dachte das wäre jetzt eine Burg hier, schaut euch das mal an. Das ist eine Raumstation. Hallo an alle, ich bin wieder unterwegs heute in Saale-Unstrutt. Ich hatte auch ehrlich gesagt gar keine Ahnung wo das ist, aber das hat die Communityabfrage entschieden. Ich bin heute in der Leuchtenburg. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Welche schaust du verloren aus? Soll ich dir die Burg mal zeigen? Ganz gerne, ja. Komm mit. Dankeschön. Also eine Ausbildung nicht, aber du kannst gerne bei uns in der Küche einsteigen, Servicepersonal, du kannst bei uns an der Kasse arbeiten, du kannst Führungen machen. Burgmeister? Wie wird man denn das? Das willst du nicht wissen. Okay, Dankeschön. Genau, als Burgmeister kann man bei uns auch arbeiten. Und jetzt gibt es aber auch noch angeblich das beste Eis, das ich natürlich probieren muss. Was für ein schönes Land. Und alles ist meins! Hier brauchst du einen Teller, den beschriftest du unter Schwarzlicht mit einem Wunsch und dann zerschmeißen wir den. Bitte schickt mich das nächste Mal gerne nach Mannheim. So, also ich habe jetzt hier meinen Teller mit dem Wunsch drauf, den kann man halt so nicht sehen. Und den schmeiße ich jetzt hier den Abgrund runter. Ganz schön hoch. Ja, schauen wir mal, was wird. Was wird. So Leute, langer Tag auf der Leuchtenburg ist vorbei und es ist so viel passiert. Ich habe die netteste Mitarbeiterin ever getroffen. Ich habe den Küchenchef getroffen und habe geniales Eis gegessen. Ich bin beinahe Burgmeister geworden. Ich habe Porzellan kaputt machen können und mir einen Wunsch erfüllen können. Also übrigens den Wunsch streicht es einfach. Vergiss Malle ganz ehrlich. Allein die Landschaft, Leute. Das war heute auf jeden Fall absolut ein Highlight und es hat sich absolut gelohnt. Jetzt sage ich aber heute erstmal Tschüss zur Leuchtenburg und auch Tschüss an euch. Guten Abend noch und bis dann. Hallo, ich hätte gerne eine von diesen berühmten Thüringer Bratwürsten, bitte. Oh ne, das ist jetzt nicht euer Ernst. Leute! Hallo! Ist da jemand?